Ich bin sehr stolz darauf, sie hier zu haben. Sehr geehrter Herr Ulgat, wir danken immer für die Stille und ihre... So, die beiden fliegen den Nachbau einer Su-30, das ist eines der modernsten russischen Gampfflugzeuge. Ausgerüstet mit jeweils zwei Turbinen. Sehr schön. Ich mache mehrere Einstellungen, ganz sicher. Einfach lächelstig. So, die Räume haben jetzt ein kurzer Vollgaschick und dann hier in die Standposition berufen. Und freuen Sie sich jetzt, wenn wir auf eine riesige Show präsentiert von Esther Jetty, Enrico Täter, Ralf Lohsemann ist die Pilot. So, die Räume sind, die Räume sind. So, die Räume sind. So, die Räume sind, die Räume sind. So, die Räume sind, die Räume sind. So, die Räume sind. So, die Räume sind, die Räume sind. So, die Räume sind, die Räume sind. So, die Räume sind, die Räume sind. So, die Räume sind. So, die Räume sind. So, die Räume sind, die Räume sind. So, 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 die Räume sind. Vielen Dank. Vielen Dank. 30, 35 Jahre zurück in der Modelljetfliegerei.